Hallo und Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Witcher 3 mit mir, Brett Gar. Ja, wir sind ja immer noch in dieser tollen Stadt, wo sich drei Typen mit uns unbedingt anlegen mussten. Ja, jetzt stehen wir hier so ein bisschen am Fluss, gucken uns ein bisschen im Wasser an, ein bisschen darüber, zu hinten, da hinten. Und ich frage mich gerade, was ich machen soll. Jedenfalls müssen wir erstmal hier in die Garnison, äh, nee, das wollte ich nicht, ich wollte eigentlich die Karte aufrufen. Genau, und muss mal gucken, wo es da lang geht. Ähm, was? Rauszoomen? Rauszoomen wäre das. Reinzoomen wäre das. Dann müssen wir bestimmt da hin. Nee, das ist ein Anschlagbrett. Wo sind die blöde Garnison? Ach, da hinten ist die Garnison. Flieder und Stachelbären. Ja, das ist ja, das ist ja ein W. Weiter, 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 weiiter, 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 weiiter. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier zum Anschlagbrett und gucken uns einfach mal an, was das ist, oder? Ja, das gucken wir uns jetzt an. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir gehen einfach mal ein bisschen spazieren. Wir essen in unserer Not immer grün. Sie haben uns die Erntedecke genommen. Tschüss und kleines Hühnchen. Hallo. Komm hier, so Pilze sammeln. Wir müssen eine Pilzsuppe machen. Ja, genau. Pilze. Kann man die mit dir reden? Was willst du? Ey, Mann, ich will was ein Gespräch. Nein, toll. Bist denn die gleich so Assyndrom sind? Ja, geht's noch? Also, halt die mal im Zaun hier. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V-A-N. Ich will nicht, Derva. Aber hier sind doch die Nutz der Aufgaben. Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Ey, das haben die ja richtig geil gemacht hier. Derva. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nasaiv. Ach so ist das. Die Könige müssen zwei Kämpfen. Verschwinde lieber von hier. Boah, ich geh ja schon. Mein Gott, ich wollte bloß was von deiner Suppe haben. Er feiert und singt. Kaiser M. hier trinkt. Dann fällt er ins Bett. Und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Das ist ein tolles Kinderlied. Was? Anschlagbretter. Gerald weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden interessantes stößt. Fräulein in Not. Kaufleute mit seltsamem Wahn. Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Anschlagbrett. Questmeister. Klimperbeutel. Ein Schmied. Waffenschmied. Kräuterkundiger. Eichnist. Ort der Macht. Monsternest. Rüstung. Schmiedetisch. Okay. Und ein Schleifstein. Ja, wir wollen jetzt einfach mal hier ans Anschlagbrett. Der Junge hat sie ja eh nicht alle. Was? Kaiserliches Edikt. Nummer 18 von 45. Ach du Scheiße. Hiermit sei Kund getan, dass ich auf Befehl des Führungsstabs seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picke aus eigenem Bestand ist mitzubringen. Ey, sag mal, sind wir jetzt hier im Garten oder was? Tun wir jetzt hier irgendwelche Pflichtstunden absolvieren oder wie? Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät und angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Ja, Walking Dead lässt grüßen. Dies möge den Bewohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sie nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern auch mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilen bla 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 zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Äh, in den Stock geschlagen? Ist das nicht eigentlich mit dem Stock geschlagen? Wieso in den Stock geschlagen? Alter, will der mir jetzt zwischen die Beine hauen? Gezeichnets Commander Peter Saar Gewinnliebe. Der schon wieder. Jetzt sollen wir uns... Achso, hier sind ja mehr Zusatzrationen. Wir können ja hier noch mehr machen. Ey, warte mal, wo war denn das jetzt hier? Bruder, wo bist du? Ey, ich wollte hier... Schaufel. Dann machen wir das mit der Schaufel. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen. Kommandant Papapa, diesen Typ, der hier seinen Garten umgekramen will, zum Thema der Gesetzgebung sprechen zu hören. Welche auf Befehl unseres allgnädigsten Herrschers im Juri war im Reis, alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Also, pff. Ja, gut, gute Leute, ihr lebt nicht länger in diesem Land der Bobaren und pipapo. Nilfgardisch Unterricht. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Nee, das will ich jetzt nicht. Ne, ich hab's nicht verstanden. Kein Wunder, es ist Nilfgausch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Okay. Nehmen wir Oma an, kriegen wir wahrscheinlich Sonderunterricht. Zusatzration. Und hiermit gibt die kälterliche Garnison bekannt, dass die Armen des Dorfes wöchentliche Essensrationen entgegennehmen dürfen. Diese Rationen werden nur an Empfänger abgegeben, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können. Betrüger werden im vollen Umfang des Gesetzes als gewöhnliche Diebe bestraft. Da gehen wir dann wahrscheinlich mit dem Hartz IV Bescheid dorthin und sagen, ich bin bedürftig. So, Bruder, wo bist du? Mein Bruder... Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an die große Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Verdammte Scheiße. Wie so viele. Wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben. Ja, wir suchen den Auftrag Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alles schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen, ihr kennt doch sicher den Brunnen verlassen doch und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles, wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ihm ein prall gefülltes Goldsäckle erhalten. Aber bei Eidrigen, es ist Regen. Odolan. Jetzt haben wir hier alles. Interessante Orte. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wellen und düsteren Sünften zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichen. Markierungen auf deiner Minikarte. Die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bearbeiten. Wir haben jetzt einen Arschvoll Arschvoll Aufgaben. Weltkarte? Nee. Quest. Doch hier Quest. Flieder und Stachelbeeren. Ach das sind so, nee, Echsen, Echseaufträge. Teufel beim Brunnen. So, abgeschlossen. Neben Quest. Im Kampf Gefallen. Hier findest du Informationen zu all deinen Quests. Das merke, kannst du mit eine Quest aufheben und abheben, um sie zu verfolgen. Im Kampf Gefallen. Wir machen mal das hier. Im Kampf Gefallen. Das ist bestimmt der Bruder. Wir müssen mal bloß mal gucken, wo das ist. Drücke L um dein aktuelles Ziel. Verwende L um die Weltkarte. Alter. Kampf Gefallen. Das ist alles da drüben. Wo bin ich denn eigentlich? Ach, ich bin dort oben. Ich hätte bloß da drunter reiten brauchen. Was ist denn das hier? Nicht erkundeter Ort. auch nicht erkundet. Ich hätte gedacht, dass es so Fragezeichen gibt. Gibt es einen Haufen Fragezeichen. der uns noch alle umbringt. Ich dring dich gleich oben. Ich wollte doch bloß mit das bisschen spielen. Ja, das sage ich auch immer jeden Tag, wenn ich auf dem Bau bin. Ewigkeiten auf dem Bau. Oh, das hat sich eine Schwerbmacht hat. Hallo? Onkel? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Pisser hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Irgend so ein Pisser. Vorsicht mit den Beleidigungen. Sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihr. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgader zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Das ist aber assi. Also das ist nicht nett. Muss ich eigentlich mal sagen. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stelz? Viel Glück! Also der Kräne-Zwerg hier, der hat ja schon... Was? Such mit deinem Hexersinn hinter der Schmiede. Der hat ja eine Ausdrucksweise, die ist ja der Hammer. Ja, ja, interessante Orte, ich weiß. Was muss ich machen, damit ich auch so ein Schwert kriege? Mich besiegen. Schau mich nicht so an! Irgendwie... Naja, das ist ja... Da! Da ist was Rotes. Ach, hier? Warte mal. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein Großer. Mal gucken, wo der Land der gelaufen ist. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Das ist ja toll. Bin ja mal gespannt, wo der hingegangen ist. Was lautet er? Hier vielleicht? In der Nähe. Die Spur weg, oder was? Was ist die Spur hin? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Was ist denn, wenn das der Angler dort ist? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Oh, hier eine Kiste. Eine Angel? Ein Fischernetz? Nimm mal einfach alles. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal hier... Was? Soll ich das Wasser schöpfen, oder nicht? Wir müssen... Dings spiegelig. Soll ich dir gerade irgendwas rot? Wer weiß das schon? Ich hab's gerade noch nie gesehen. Ich bin ja der Meinung, das ist der dämliche Angler dort drüben. Und was sind die Tümmen hier? Ja, aber was soll ich denn hier finden? Ich hab hier bloß irgendwelche Pflanzen, die man anklicken könnte. Boah, sonst ist hier nix. Doch, was ist denn das? Ach nee, das ist irgendwas anderes. Da muss ich hier ein bisschen weitergehen? Nee. Ich muss schon... Ich muss schon da drüben bleiben. Aber wir reden... Wir können ja mal hier mit dem... S-C-G-N-A-B-A Sprich mit dem Kommandanten. Okay. Hm. Ah, es ist Schnellreise. Ach so, da kannst du hin und her reisen hier. Okay. Ah, hier. Ich hab die Fußspuren gefunden. Hat seine Stiefel im Schiff verloren. Da ist was aus dem Schiff gekommen. Ertrunkenen. Aber er ist entkommen. Aha. Okay, jetzt ist er wieder zurückgegangen. Dort war... Die Spur führt wieder ins Dorf. Komisch. Freude seinen Trunk gebraut. Gieß ihn mit großen Schlucken runter. So schnell wird der nicht wieder munter. Ja, so war's. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kumpel schlecht wieder abnehmen. Angeblich haben sie... Doch, da rein. Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Setz deinen Hexersinn ein. Oh man. Der ist... Der ist hier nirgendswo. Doch, da ist er. Spuren von ertrunkenem Klauen. Das muss er sein. Alter, hallo. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern. Für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Habe schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Hm. Kommst mit? Ölstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Och, Alter. Ganz ruhig. Komm jetzt. Das ist wie bei Star Wars. Ich muss mich entschuldigen. Hallo, kannst du mal ein bisschen. So, bist du Ärger? So, war ein bisschen schneller, Alter. Müsst du wahrscheinlich immer noch besoffen, war? Haus anfackeln. Geudemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Geudemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Milfgad. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Dervan. Lüge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Der torkelt hier was über die Straße. Der vermisst ihn gerade komplett. So ein Napp. Kommst du jetzt mal hier lang. Hallo. Verdammte Hexer. Ich mach mir ne Schleuder und jaggieren damit. Ich hoppen. Ich hoppen. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorf Pyromane höchstpersönlich. Napp. Napp. Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir. Das reicht. Hey, Soldat. Auf ein Wort. Nein, Willis. Bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis. Wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Was? Alter, der hat ein Haus. Der war voll. Äh, hallo? Hertha konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich hab die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Orten sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Armboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Immer Pfeilschen. Immer Pfeilschen. Der durchgeknallte Brandstifter. Jawohl. Und da haben wir ihn gekriegt. 20 Kronen. Also Kronen heißt es, die Währung. Haben wir es jetzt auch rausgekriegt. Ja, und wie es hier weitergeht. Und was wir als nächstes für eine Aufgabe machen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Witcher 3 The Wild Hunt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss und viel Spaß bei dem was ihr gerade macht. Bye Bye